Audio Illusion Part 11 Diese Audio Illusion wirst du nicht hören können. Versuch's gar nicht erst, wirst du nicht hören können. Diese Frequenz liegt nämlich außerhalb des menschlichen Hörbereichs. Also falls jemand kommentiert, dass er es doch hört, Lügen. Aber wenn ihr einen Hund habt, dann spielt dieses Video hier neben dem Hund ab und checkt seine Reaktion, weil die können das hören. Ab jetzt.